Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Resident Evil 3 Remake. So, dann würde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Mit dem vierten Abschnitt, die Abrissbaustelle. Dann würde ich sagen, Attacke. So, Inventar nochmal gucken. Ja, das sollte reichen. Munition sieht ein bisschen mau aus, aber ich denke, das sollte noch reichen. So, und ich, oder Jill befindet sich auf dieser Abrissbaustelle und wird vom Nenestes verfolgt, der mit einem Flammenwerfer rumläuft. Im Original hatte er nur einen Raketenwerfer gehabt. Aber gut. Okay, äh. Okay, er meint jetzt ernst. Mit seinem Flammenwerfer. Ah, perfekt, wie die Bretter gelandet sind. Oh, heiß, 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 heiß. Na, der macht echt ernst. Oh. Zack. Okay. 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 Okay, ist hier noch was? Hier könnte ich noch einmal speichern. Abriss Verzögerungsankündigung Aufgrund der anhaltenden öffentlichen Unruhen haben wir uns entschieden, den Abriss des Barnaby Office Building zu verzögern. Aus Sicherheitsgründen wurden alle elektrischen Geräte inklusive der Generatoren zum Dach transferiert. Der Zugang zum Gelände ist bis zum Abklingen der aktuellen Unruhe verboten. Alle Mitarbeiter sind angewiesen, zu Hause zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Okay, speichern, nicht speichern. Aber ich denke mal nicht, weil das ist mir eindeutig viel zu knapp alles. Okay. Okay. Oh, ich bin näher. Renne. Ähm, na, warte mal. Äh, kombinieren. Okay, da liegt ein Kraut. Heiß, 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 heiß. Okay. Okay. Achso, noch ein rotes Kraut. Okay. Ah, da war ich jetzt mal aus hier. Meine Güte, ne. Heiß, okay. 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 Oh, die Feuereffekte sehen aber schick aus. Okay, ne. Okay. 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 Okay Okay Jetzt mal schnell ein Kraut nehmen Einen Schuss habe ich noch Aua Echt jetzt Jetzt ist ein Tod Ach so hier unten Okay So wie ich es mir gedacht habe Kann man noch mal kurz das Dokument hier lesen So Okay das lasse ich erstmal da Okay 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 Munition wäre nicht schlecht Zwei Plätze habe ich noch frei Okay Okay Ich habe mich sogar selber geschockt Okay Okay Stimmt ich habe hier noch die Ausweichtaste Okay Ah, komm. Ah, echt jetzt? Komm mal her. Okay, das ist alles gut. Okay. 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 Bäm! Na, steht's noch auf? Ja. Aua! Echt jetzt? Ach, verdammt. Na gut, auf ein neues. So, okay. Okay. Stimmt, eigentlich könnte ich auf die... Na? Auf die Explosionsgranaten erstmal wechseln. Brandmarche setze ich dann gleich ein. So. 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 Heiß. Okay. Alles gut so weit? So. 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 Okay, Munition ist alle. Okay, jetzt verfolgt da einen. Was ist das? Okay, äh, okay, das war schlecht eingesetzt, den Generator. Heiß, heiß, heiß. Okay. So, ach, hier hinten war noch was. Genau, dass ich den Dekanab nicht gesucht habe. So, na, wird schon wieder grün. Okay, perfekt. So, okay. 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 So, jetzt ist es sauer. So, okay. 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 Okay. Ich hab ja nichts mehr. Nur so zwei Brandgranaten und das war's dann auch. Okay. Na, komm mal her. So, jetzt ist der Generator wieder bereit. Ja. Okay. Ein Schuss für Granatwerfer und noch sechs Schuss für die Schrotflinte habe ich noch. Das war es dann auch. So, mal schauen. So, mal schauen. Okay, zurück zur U-Bahn-Station. Aber erstmal schauen, ob ich hier noch was finde. Ein bisschen an Vorräten oder so wäre nicht schlecht. Ah, ich habe das eine grüne Kraut oben vergessen, noch einzupacken. Ach, egal. Ja, das sieht ja ein bisschen verlassen aus, alles. Okay, einmal hier hoch. Okay, da ist eine rote Tonne. Und was sehe ich da? Eins, zwei... Drei Zombies. Das ist okay. Wir haben drei Verletzten. Transportieren Sie jetzt zum Spendt Memorial. ARP-D-Zentrale. Hier spricht 153. Eingesperrt. Westplatte, Cafeteria. Hinten in der Küche. Einer von uns ist verletzt und bewegungsunfähig. Was soll ich tun? Nett. Ein paar Funksprüche. Ach, warte mal. Ist das hier nicht die Hinterseite von... ...der Polizeistation? Was haben wir da? Hochfertiges Schießpulver. Okay. Na, ich kann damit was bedingt anfangen. Erstmal. So, was haben wir hier? Sonst ist hier... Echt jetzt? Habe ich echt was hinten verpasst? Egal. Okay, eins, zwei, drei. Okay, die kann ich alle umgehen halt. Hier brauche ich einen Schlüssel. Jetzt haben wir da Sprengstoff B. Kräuter. Sprengstoff A. Okay. Halbautomatischer Lauf. Okay, Flinte. So, M3-Flinte. Ah, okay, die ist ja auch größer geworden. Na gut, dann... Zack. Einmal Plünderparty spielen. Schießpulver ist hier auch noch. Schießpulver ist hier auch noch. Ah, Kendo. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden. Okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Okay. Kendo Stor-Schlüssel. Okay, äh... Warte mal, was habe ich noch? Hm. Ja, ich muss ein bisschen hier... Warte mal, äh... Zack. Granatwerfer, Brandgeschosse. Dann... Habe ich Pistole? Nicht viel. Schießpulver. Ich habe noch grünes Kraut. So. Ja, okay, muss ich kombinieren. Okay, sieht einigermaßen... Ja, ich sag mal so, okay, alles aus. So, sonst... Also, da ist noch der Schlüssel. So, jetzt ist alles... Dingenskirchen. Gut. Dann würde ich mal sagen... Ja, bleibt das erstmal alles so. Einmal speichern. Genau, und ich würde mal sagen, das war es dann auch wieder fürs erstes. Ja, nächstes Mal geht es dann weiter mit die Straßen von Raccoon City oder die Innenstadt von Raccoon City. Je nachdem halt, normalerweise war das auch der zweite Abschnitt. Jetzt bin ich wieder zurück. Auf den Straßen halt. Mal schauen, wie ich das formulieren werde. Diesen Abbruch.